Der Tabellenführer mit seinen vier Spielern für das Wembley-Aufgebot begann auch dementsprechend. In derselben Besetzung wie beim Sieg im UEFA Cup-Spiel in Ostrau erspielten sich die Gladbacher auch die ersten Chancen. Zunächst war Rünio derjenige, der eine Gladbacher-Führung verhinderte. Mehr und mehr jedoch waren es die Gladbacher selbst. Wimmer machte das Spiel des VfL. 13. Minute, Heinkes und Simon sind verpassen. Jensen gegen Wörmer und Heinkes erzielt wie in Ostrau das einzige Tor für Gladbach. Das 1 zu 0 bedeutete doch keineswegs, dass man nichts von Rot-Weiß-Essen gesehen hätte. Aber auch Lippens, der Spielführer und Co. waren nicht in der Lage aus einer Masse von Möglichkeiten heraus ein Tor zu erzielen. Kleff in seinem 200. Spiel. Lippens hier mit einem seiner unzähligen Tricks. Burgsmüller spielt ihn sofort wieder an. Die Flanke von Lippens. Kleff kann nicht festhalten. Burgsmüller verpasst. Und Libero, Witschorkowski, ja da muss man sich wirklich an den Kopf fassen. Dann Dörre, wie so oft in den von Lippens freigemachten Raum auf links vorgestoßen. Dann Gladbacher Angriffsspiel. Viele Querpässe, oft Gelegenheit für eine aufmerksame Abwehr einzugreifen. Also kraftraubendes Nachsetzen, wie hier durch Simonsen und Bohnhof. Ein neuer Anlauf über Danner und Kulig. Fast steil gespielt zu Berti Vogts. Bis dahin noch Libero der Borussia. Ich sage noch Libero, weil der folgende Konter der Essener Folgen in jeder Hinsicht haben wird. Denn mitten in die druckvollste Phase der Gladbacher hinein, in der ersten Halbzeit, fällt der Ausgleich für Essen. Zurecht war Trainer Hennes Weisweiler unzufrieden mit seinen Abwehrspielern. 25. Spielminute. 1 zu 1. Kursschütze für Essen. Sofort danach kam Wittkamp als Libero. Berti Vogts nahm den Platz des enttäuschenden Surau ein. Udo Lattec auf der Tribüne sah mit Schmunzeln, dass die Essener, möglicherweise ja sein zukünftiger Klub, auch in der zweiten Halbzeit Gladbacher Abwehrschwächen aufdecken konnten. Lattec wird jedoch nach Vertragsabschluss den Essenern beibringen müssen, wie man aus solchen Chancen auch Erfolge erzielt und nicht den Gegner unter dem eigenen Unvermögen auch noch leiden lässt, wie hier Kleff. Nun, die Gladbacher machten es nicht viel besser. Jensen vergab gleich dreimal hintereinander. Danner und Simonsen wollten ihn offensichtlich nicht übervorteilen. Dann ein Tor durch Berti Vogts, doch Schiedsrichter Lutz aus Bremen erkannte auf Abseitsstellung. Vielleicht zum Glück. Für einen Sieg hatte die Borussia zu viele Schwächen in Abwehr und Angriff gezeigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017